Und der sechste Engel stieß in die Posaune. Löse die vier Engel, die gebunden sind, an dem großen Strom Euphat. Und die vier Engel wurden losgebunden, die auf Stunde und Tag und Monat und Jahr bereit standen, den dritten Teil der Menschen zu töten. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Sie hatten feurige und violette und schwefelgelbe Panzer. Und die Köpfe der Pferde waren wie Löwen. Und aus ihren Mäulern ging Feuer und Rauch und Schwefel hervor. Durch diese drei wurde der dritte Teil der Menschen getötet. Von dem Feuer, von dem Rauch und von dem Schwefel, die aus ihren Mäulern hervor waren. Und die übrigen Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße über die Werke ihrer Hände, so dass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen aus Gold und Silber und Erz und Stein und Holz angebetet hätten, die weder sehen, noch hören, noch gehen können. Und sie taten nicht Buße, weder über ihre Mordtaten, noch über ihre Zaubereien, noch über ihre Unzucht, noch über ihre Dieberei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017